Hallo und herzlich willkommen zum Montagevideo des Erweiterungssets MEPA EGTRAVERSE. Mit diesem können Leitungen oder andere Hindernisse entlang einer Wand umgangen werden. Demontieren Sie in den betreffenden Ecken des MEPA Montagerahmens den Fuß inklusive Gewindestange. Montieren Sie diese zusammen mit den beiliegenden Muttern und Unterlegscheiben in den EGTRAVERSEN. Diese werden anschließend in der Ecke aufgelegt und fest verschraubt. Die Füße können jetzt verschoben und an der gewünschten Position gekontert werden. Zusätzlich entfällt an dieser Wandseite der Klickfuß. An dessen Stelle werden zwei MEPA EASYLIFTS unter der Wanne positioniert. EGTRAVERSEN